Für die Gewerkschaften heißt Solidarität, dass man sich gegenseitig beisteht. Natürlich, dass wir solidarisch sind, zum Beispiel mit den Geflüchteten, die uns erreichen, dass wir ihnen helfen, ein sicheres Leben zu führen und sich auch bei uns integrieren zu können. Solidarisch heißt aber auch, dass wir Gerechtigkeit in der Arbeitswelt herstellen. Und das größte Problem in Nordrhein-Westfalen ist, dass wir neue Jobs brauchen, weil wir immer noch Arbeitslose haben. Die Gewerkschaften sind der festen Überzeugung, dass 500.000 Mal neue, gute Arbeit in NRW entstehen kann. Und wenn wir dafür ein qualitatives Wirtschaftswachstum in Gang kriegen, dann haben wir gleichzeitig auch das Ziel eingelöst, die Umwelt zu schonen und die Klimaziele zu erreichen.